Es waren nur vier Worte, doch ihre Wirkung war gewaltig. Es war nur ein kurzer Satz, doch er beendete eine lange Zeit voll von Streit und Verletzungen. Es tut mir leid, das hatte er zu ihr gesagt. Nach monatelangem Hickhack, nach vielen Streitereien war das Drama vorprogrammiert. Sie hatten die verbalen Messer gewetzt und schon manchen Stich gesetzt, mitten ins Herz. Der Anlass war eher gering, doch falscher Stolz und große Überheblichkeit hatten aus der Mücke einen Elefanten gemacht. Nun stand die Sache zwischen ihnen und wuchs und wuchs und wuchs. Es tut mir leid, ein Satz kaum für möglich gehalten. Worte, die als Schwäche ausgelegt werden und doch eine innere Stärke zeigen, die Berge versetzen kann. Eine verbale Abrüstung, ein Türöffner zu neuen Möglichkeiten, ein Satz voller Menschlichkeit und Würde. Mehr als alle Kraftprotzereien und Gewaltfantasien, die in diesen Tagen die politischen und persönlichen Debatten bestimmen. Da fallen Sätze, die Stärke vorgaukeln und doch nur eine tiefe Menschenverachtung offenbaren. Es tut mir leid. Worte, die den Himmel öffnen für irdischen Frieden. Worte, die göttliche Kräfte in menschlichen Verirrungen freisetzen. Worte, die Kreise ziehen von unten nach ganz oben. Im Monatsspruch für den Monat Februar 2016 sagt Jesus, Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Es tut mir leid. Es waren nur vier Worte, doch ihre Wirkung war gewaltig. Verständigung wurde möglich, das Gewitter war vorüber und Gott hatte einen Regenbogen an den Himmel gesetzt. Vertraue und Vertraue und Vertraue und Vertraue